hallo leute hier ist der gusua wieder mal am start heute habe ich sonntag ich habe nämlich meine tochter zum reiten gebracht also die ist auf dem reiterhof und das war eh schon oft da fast auf der hälfte vom weg nach hamburg und da habe ich auch gesagt gut okay komm dann kann ich auch heute in hamburg pennen dann habe ich die fahrt morgen früh nicht vor mir was mich erfreut hat war folgendes ich habe jetzt am wochenende das video mir vom fred mal an geluckit in bezug auf mit den 18k dunklen in einer stunde finde ich richtig geil dass er dieses thema auch aufgegriffen hat weil man wirklich mal gucken muss was wirklich so geht in dem bereich weil ich denke wirklich ich habe es ja nur schon eine weile gemacht sage ich mal aber es ist auch schon wieder eine halbe ewigkeit her und bewerte nein nie wird nicht passieren deswegen pech gehabt so nee und das fand ich aber cool ich würde aber gegensetzen und würde sagen ich nehme jetzt mal die gusche sehr voll ich würde mal hoffen also das bitte bitte versteht das nicht als das fred wird es nämlich garantiert mich als das verstehen und zwar ich würde gegenhalten und würde sagen ich schaffe in einer stunde mit dem boost mehr als er im dunklen klar ist sehr hoch gegriffen aber ich würde einfach mal sagen weil meine taktik halt einfach wirklich so geil läuft also es läuft halt einfach und deswegen klar ich meine wenn man natürlich irgendwo weiter oben ist dann ist es natürlich so eine geschichte wisst ihr selber wenn man da natürlich ein bisschen besser das dunkle farben kann ganz klar aber auch hier unten ein bisschen hin und her geklickt ja 2,2 ist ganz nett aber hier habe ich zwei drei mauern zu durchbrechen und das wird ziemlich tricky weil ihr wisst selber angeblich soll ja durch das update die mauerbrecher besser laufen aber ganz ehrlich wer ist denn da noch der meinung dass das einfach nur beschiss ist also die mauerbrecher laufen einfach immer noch so wie sie wollen das ist natürlich richtig schade ja mit der von mir abgewandelten taktik mit dem dass man halt eben nicht mehr sagt gut okay ich nehme minions zum clear mit sondern halt eben mauerbrecher und halt ein bisschen barbaren da geht das wirklich schön dass man da ordentlich die lx an den start bekommt auch nice auch nice aber ist mir auch noch ein bisschen ich will da wirklich nichts risken und außerdem will ich hier ein radhaus noch ziehen weil ich so nebenbei so ein bisschen nach oben gehen will also hier irgendwie was dass ich dann irgendwie in gold 1 oder sowas lande und dann sollte das passen da kommen mir so ein paar trophäen pokale was auch immer ganz gelegen oh und ich muss auf jeden fall ich weiß nicht wann ich aha sehr nice zwei ah das ist ziemlich nice hier hätte ich wiederum drei aber ich muss nur durch zwei durch ich probiere es von hier ich würde den nehmen roger leute ich nehme den so nehmen wir den da und da holen wir ein paar heiler rauf das gucken wir ganz gechillt nebenbei installiere ich noch andy oder andy je nachdem weil das ja ich hatte das ja im letzten video angekündigt es gibt ja warum auch immer ein paar problemchen dass man wow ja geil sehr geil schön ja cool ja ich hau dann noch ein heiler rauf ist mir egal äh ja ich stand da und konnte auf einmal nicht mehr meinen zweiten account anwählen finde ich jetzt eher nicht so toll und deswegen muss halt irgendwie was anderes her aber dazu gucke ich mir das mal dann an wie das alles so läuft und äh würde ich dann halt eben höchstwahrscheinlich auf andy umsteigen so jetzt denke ich goldlager und dann aber erstmal minenwerfer würde ich tippen aber let's have a look ja genau läuft bei der queen halt sehr geil ich meine die wird auch richtig ordentlich beschotten müssen wir jetzt mal sagen also die kassiert hier schon richtig gut ein also ich meine ich hatte elf heiler also ich meine mal einfach mal acht heiler rausgehauen sind auch 80 euro äh 80 euro vor allen dingen ne also äh 80k äh lx aber hier guckt mal und dann seht ihr eben auch hier in der cb ist auch noch ein bisschen was äh und die sammler die bohrer selber sind total leer also von daher ist das schon ziemlich geil und wird hier ordentlich für mich positiv ausgehen hau ich hier noch ein paar barbaren hin dass ich halt nicht nochmal am losen bin und jetzt gucken wir mal was er noch in der cb hat naja dann müssten es ja fast 200 sein würde ich sagen 200 schön soft in der cb das sieht gut aus und ihr seht es halt wieder also ich möchte das immer wieder ansprechen ihr seht es wieder man ist total soft gechillt man ist super drauf alles läuft und deswegen bringt es immer nur etwas wenn der Guzoa Lust hat ansonsten ist das einfach Quatsch äh oh jetzt wo wo wer wer ist jetzt auf meine Heiler gegangen war da die können keine Luftmine auslösen das kann es also nicht sein also warum haben die muss ich mir nochmal in der Wiederholung angucken aber hier wollen wir natürlich noch schön das dunkle das das Elixier hier kriegen jetzt ist Fläche weg jetzt kann ich schön mit ja schade ja klar so ist es halt man will extra warten dass die Fläche weg ist und dann zack kommt die Riesenbombe so ist das leider naja jetzt werde ich da nichts weiter reißen können schade aber ich meine ganz ehrlich schade sagt der der gerade fast 2,5k dunkles bekommen hat mh da brauche ich auch nicht schade sagen passt schon alles ja geil alles cool guckt mal ja ich möchte mich nicht zu sehr selbst loben und dann ist er wieder ja ich muss die Jahraufnahme abbrechen aber egal ihr seht ja edler bloß ein Cut und dann passt das ja so weiter geht es ich möchte gerne noch einmal angreifen ich habe es hinbekommen ich kann wieder meinen zweiten Account verwenden in den Videos und ich finde es mega geil ihr werdet es schon gesehen haben wie das funktioniert denn das hatte ich ja bereits gezeigt im letzten Video und von daher ziemlich geil 2,5 mega geil zumal die Base ja nun mal Anti-OP ist oder? ne also das Ding sollten wir ja rocken wir gucken mal von welcher Seite wir hier kommen und zwar wäre das natürlich super geil wenn der da reingehen würde normalerweise müsste man ja wenn man so denkt wie ein Mauerbrecher müsste man ja sagen hey cool da komme ich ja am einfachsten in die Base rein aber wettet mal ja klar war ja logisch ich meine aber er ist ja wenigstens schon mal halbwegs in die Richtung gerannt so jetzt gucken wir mal was die Queen hier so ein bisschen abliefert wir wollen Lucky Lucky machen so so jetzt jetzt sind die ganzen Sachen da eigentlich halbwegs getriggert dann können natürlich auch schön die Mauerbrecher losrennen dürfen sie jetzt so jetzt gucke ich mal was hier dass ich mir hier nicht die Queen hier noch ja genau dass die hier jetzt wenigstens noch langsam mal ein bisschen in die andere Richtung rennt nein du darfst nicht dahin da muss man natürlich die Clan-Truppen noch setzen und dann halt sagen gut okay Queen du gehörst bitte in diese Richtung sonst gibt es mal mega mäßig auf den Sack ey bitte jetzt erzählt mir bitte nicht dass ihr hier ah kacke das ist Fail ich meine ganz ehrlich da wo die Tesla wirklich mal was reißen soll in dem Fall macht es es dann nicht beziehungsweise ja genau genau geh jetzt schön auf meine Queen genau hättest du nicht 20 Sekunden vorher machen können weil jetzt wird es natürlich ziemlich tricky und ich glaube nicht dass die Queen jetzt sagt ach cool hier ist eine Wand da geh ich mal gegen das glaube ich nicht halte ich für ein kleines Gerücht jetzt könnte man natürlich auch sagen okay ich nehme für den Notfall immer noch mal vier Earthquake Spells mit könnte man auch machen zumal mehr als zwei Rage Spells brauche ich eh nicht ah da muss ich mal schauen muss ich mal schauen wie das läuft weil dann wäre das Ding jetzt hier eine Sahnetorte gewesen ja genau jetzt kill mir noch meine Heiler läuft doch bei ihm ja okay aber wie gesagt es ist halt einfach Quatsch jetzt zu sagen oh gut okay in der lief es halt nicht so gut dann schneide ich es mal raus warum denn ist doch total Blödsinn sollt ihr doch sehen ah gut okay lief halt eben bei mir in dem Fall auch nicht so gut in Ordnung fertig macht mich glaubhafter so jetzt wollen wir aber natürlich nicht dass die Queen down geht da haben wir immer so ein bisschen was dagegen und was ihr auch nicht machen dürft auf keinen keinen Fall bitte 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 beachten fangt bitte nicht an mit solchen Aktionen ach naja ich nehme noch zusätzlichen Golem und dann wird die Queen schon reißen dann überlegen sich nämlich ganz schnell die Heiler ach komm wir können den Golem heilen und lassen dann die Queen in Ruhe komm nicht so lecker jetzt wäre es natürlich schön wenn du wieder zurückgehen würdest und dir das wäre eigentlich doch nice oh ja ich weiß oh ne komm komm Rage 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 bitte 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 mach die Mauer kaputt aber das ist zu aber immerhin ich krieg wenigstens noch das Gold aber äh schade ist natürlich echt komm noch ein Rage ah schade Zeit hat es mir leider äh kaputt geballert ich meine so vom Loot her war es okay aber wisst ihr selber die zweieinhalb hätten kommen müssen auf jeden Fall so ist das halt Leute ihr wisstet doch mal verliert man mal gewinnen die anderen ja und das ist wirklich ein Sprichwort und man sagt das auch genau so weil ich hab das auch schon mal gehört äh du Guzoa das heißt aber anders nein das ist schon richtig so das ist so ein bisschen makaber gemeint so was haben wir sonst noch am Start wir sind im CW also beziehungsweise in der Vorbereitung ich hab dem guten Hondo gerade noch ein äh ne Lava Hund gegeben und ich muss gestehen dem Hephaistos wie auch immer hab ich auch einen gegeben obwohl es nicht drin stand bloß ich dachte mir auch hey bevor ihr hier gar nichts am Start hat machen wir lieber so alles ja nicht mal alles kann ich dir geben tut mir sorry wir und ich krieg ah sehr geil also ihr wisst es selber Clan Level 5 ist ziemlich geil einfach mal Max Magier und so weiter und so fort ziemlich geil danke zack zack und bumm ab dafür so jetzt gucken wir nochmal wollte ich noch irgendwas also ich hab mich ja jetzt gerade echt zurückgehalten mit den Angriffen hier auch nochmal nett gewesen ist in Ordnung aber ansonsten hab ich auch zu Hause nicht so wirklich hier ihr seht selber auch nicht wirklich viel gespielt grundsätzlich immer nur meine Pflichtangriffe und dann war das vollkommen in Ordnung so achso ihr wollt bestimmt noch sehen wie es weiter hier aussieht 11k ist ja mittlerweile vorbei mittlerweile sind es schon 12 81 Mauern yeah auf Level 10 cool noch dazu muss ich sagen ich wurde bis jetzt immer noch nicht mit Erdbebenzauber angegriffen und auch mit meiner Queen also mit der Queen Taktik und wurde ich auch noch nicht angegriffen also von daher läuft das einfach easy und gechillt ich überlege echt ob ich da nicht noch ganz ehrlich kommt Leute wir hauen hier noch 4 Earthquake Spells raus was gibt's noch neues ich hatte es in meinem Clan mal kurz gesagt oh warum hab ich jetzt wieder 1200 gems mehr ich habe mir wieder App Bounty auszahlen lassen das hat gut geklappt naja was heißt gut geklappt da muss ich ganz ehrlich muss ich auch mal sagen also wenn ihr das nutzen möchtet coole Nummer damit bekommt ihr kostenfreie gems komplett kostenlos nicht hier naja irgendwie und dann müsst ihr da noch Abo oder nein ihr könnt da ist auch ein Link unten in der Beschreibung drin wenn das jemand noch nicht gemacht hat super Sache macht das gerne dürft ihr gerne über meinen Link machen kriegt ihr 50 Credits extra und dann kriege ich natürlich ich kriege dafür glaube ich sogar 250 Credits also ihr macht das ich mache das nicht uneigennützig ich habe was davon ja kann ich auch ganz ehrlich so sagen weil wie gesagt da war ich immer derjenige der gesagt hat ey kommt hier mit der Ehrlichkeit wert es einfach am längsten also damit könnt ihr mich sehr unterstützen könnt euch das mal geben so die Sache war die und da muss ich ganz ehrlich ein bisschen meckern sage ich mal weil ich hatte die ganze Zeit für 10 Euro sozusagen App Bounty fertig und immer waren die 10 Euro Karten ausverkauft und das hat mich ziemlich angebrochen aber mittlerweile hatte ich dann sogar 15 Euro erreicht und somit konnte ich mir die auszahlen lassen und das war geil und deswegen kann man natürlich dann wieder sowas machen dass man sagt okay komm ich booste und was auch immer und ich will auch wie gesagt da nicht so dass dass das so wirkt so oh jetzt habe ich hier mein Geld investiert nein also entweder klar ihr habt für mich sage ich jetzt mal was also dass ihr auf meinen Link geklickt habt dass ich sozusagen Credits bekommen habe oder halt ich habe selber Spiele gedownloadet ich habe für dieses Spiel noch keinen Cent ausgegeben real money so schaut es aus und das könnt ihr auch so ich wünsche euch was und ihr haut rein ciao ciao ciao